Leasing ist in unserem Bereich im gewerblichen Kundensegment angesiedelt, ist eine alternative Finanzierungsvariante zur klassischen Bankfinanzierung. Im Bereich Leasing können verschiedenste Mobilien abgedeckt werden, dies sind unter Umständen Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnologien und auch andere, die über einen gewissen Zeitraum von dem Leasinggeber, bei uns die VW Leasing, einem Verbundpartner in unserem Hause, abgedeckt werden. Wir als Volkskontrier vermitteln den Kunden in dem Fall an die VW Leasing und sind Bindeglied in unserem Verbundbereich und versuchen dann Lösungen für Finanzierungsvarianten mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und auszuarbeiten. Beim Leasing geht es darum, dass der Kunde Mietzahlungen, Leasingraten an den Leasinggeber zahlt und nach der Laufzeit das Objekt entweder zurückgeben kann oder anderweitig zu einem entsprechenden Restwerk nach Ablauf dieser Zeit kaufen kann. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.